Hallo und herzlich willkommen bei den Arkham Horror Nächten bei Genus Solo. Wir spielen Eldritch Horror. Letztes Mal haben wir das Setup für unsere vier Ermittler fertiggestellt. Unser großer Alter ist Schobel Niggurat und heute werden wir uns komplett mit dem Gameplay beschäftigen. Heißt, wir werden eine komplette Runde spielen, uns mit sämtlichen Möglichkeiten dieses Spiels vertraut machen und versuchen unsere Mysterien zu lösen, damit wir den großen alten besiegen können. Ob uns das gelingt, wir werden es erfahren und ich wünsche viel Spaß dabei. Willkommen zurück, liebe Freunde von Eldritch Horror. So sieht die Welt aus nach dem Aufbau des Spiels. Es sind noch ein paar zusätzliche Sachen erschienen als beim Basisspiel, da wir mit der Erweiterung ab sonderliche Ruinen spielen und dort über die Polokarte noch einige Sachen mehr hier in der Welt erschienen sind. Ein paar mehr Portale, ein paar mehr Monster. Dafür haben wir im Gegenzug für unsere Ermittler ein paar Vorteile herausziehen können. Ob wir diese Vorteile nutzen können, um uns mit dieser Flut an Monstern und Toren dann auseinandersetzen zu können, wir werden es erfahren. Zu Beginn des Spiels haben wir für unseren gewählten großen alten Schob Niggurat die erste Mysterienkarte gezogen. Drei müssen wir ja erfüllen, um das Spiel zu gewinnen. Und die erste Mysterienkarte zeigt uns einige Leuchtfeuer auf der Welt. Das sind hier diese Marker mit diesen Tentakeln. Und dort sind Anhänger, die den großen alten anbeten. Wir müssen dorthin reisen, Informationen sammeln, dort diese Informationen verwerten und versuchen halt diese Leuchtfeuer vom Spielfeld wegzubekommen. Und gelingt uns das, zwei von diesen Leuchtfeuern wegzumachen, dann hätten wir das erste Mysterium schon gelöst. Dann würde ich mal sagen, wir haben genug zu tun. Ran an die Arbeit. Wir haben einen Ermittlungsleiter zu Beginn des Spiels gewählt. Das ist Tony Morgan und er hat den ersten Zug. Eine Runde in Eldridge Horror ist in drei Phasen unterteilt. Der Aktionsphase, der Begegnungsphase und der Mythosphase. Jede Phase wird dabei von den Ermittlern einzeln durchlaufen. Fangen wir an mit der Aktionsphase. Das ist das Herzstück des Spiels. Hier hat man die meisten Möglichkeiten. Beginnend beim Ermittlungsleiter hat jeder Ermittler zwei Aktionen zur Verfügung. Dabei ist aber drauf zu achten, dass man jede Aktionsmöglichkeit nur einmal verwenden darf. Und daher ist es auch ganz wichtig, dass man sich darüber einen Blick verschafft, wo befindet man sich auf der Welt, wo sind die anderen Ermittler, wer macht irgendetwas in dieser Runde, weil die Welt halt sehr groß ist und man ganz viel zu tun hat. Und man sollte sich genau darüber Gedanken machen, was man als nächstes macht. Schauen wir uns doch mal die Aktionsmöglichkeiten an. Hier ein Beispiel unseres Tony Morgan. Erste Aktionsmöglichkeit ist das Reisen. Dafür bewegen wir unseren Charakter einfach an einen angrenzenden Ort, der mit unserem Ort verbunden ist. Und dann gibt es hier diverse Möglichkeiten. Eine rote Linie, eine hellblaue Linie und so eine gelb gestrichelte Linie. Auf der linken Seite des Spielplanes seht ihr eine Legende, wo die Routen nochmal dargestellt sind, was sie für eine Bedeutung haben. Die rote Linie ist die Eisenbahnverbindung, die gelbe Linie ist eine unerforschte Strecke. Dort gibt es keine Verkehrsmittel, kann man sich einfach nur so hinbewegen. Oder die hellblaue Linie, das sind die Schiffsverbindungen. Für die Bewegungsaktion an sich ist, wie erwähnt, die Farbe erstmal vollkommen egal. Ich kann mich ein Feld angrenzen, bewegen, kann ich jetzt hier diese unerforschte Linie nehmen. Ich könnte eine Schiffsverbindung nehmen oder ich könnte auch die Eisenbahnlinie nehmen, wie ich es gerne möchte. Ich habe jedoch die Möglichkeit, nachdem ich die Bewegung durchgeführt habe, diese um ein weiteres Feld zu erweitern. Dafür benötige ich aber Fahrkarten für Transportmitteln. Das bedeutet natürlich, da es nur zwei Linien gibt, die ein Transportmittel haben, und zwar die roten Linien für die Eisenbahn und die hellblauen Linien für die Schiffsverbindungen, kann ich mich nur über diese Linien noch ergänzend um ein Feld bewegen, wenn ich eine Fahrkarte habe. Fahrkarten sind diese Tickets, die kann man sich während des Spiels erwerben. Und dann könnte ich jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt meine erste Bewegung hier oben hin getätigt hätte, könnte ich jetzt hier noch über die Eisenbahnlinie noch ein weiter nach Arkham fahren, und man müsste dafür aber ein Ticket bezahlen. Alles andere wäre nicht möglich gewesen, da es hier in diesem Bereich zum Beispiel nur Eisenbahnverbindungen gibt. Andersherum wäre es natürlich auch möglich gewesen, ich bewege mich hier hin und hätte jetzt hier die Möglichkeit gegebenenfalls, wenn ich ein Schiffsticket habe, meine Bewegung um ein weiteres Feld zu ergänzen, um so nach Arkham zu kommen. Hingegen diese gelben, unerforschten Verbindungen, die bekommen wir tatsächlich nur mit unserer Standardbewegung als ersten Schritt gelöst, die können wir nicht erweitern. Beachtet dahingehend, ihr könnt so viele Fahrscheine ausgeben, wie ihr wollt, um euch beliebig viele Felder weiter zu bewegen, aber mehr als zwei Fahrscheine dürft ihr nicht in eurem Besitz haben. Und damit kommen wir auch schon zur zweiten Aktionsmöglichkeit, die unser Ermittler hat, und zwar ist das das Besorgen dieser besagten Fahrscheine. Allerdings funktioniert das nur auf einem Stadtfeld. Stadtfelder erkennt ihr hier unten links an diesem Symbol, wir befinden uns momentan hier auf einem Stadtfeld. Das hier ist in Bokota, könnten wir uns jetzt Fahrscheine holen. Noch allerdings nur einen und auch nur die Fahrscheine, die die verbundene Stadt auch innehat, hinsichtlich der Verbindungen. Hier in Bokota ist es sehr günstig, da wir hier eine Eisenbahnlinie haben und eine Schiffsverbindung, sodass wir hier jede Möglichkeit hätten, einen Fahrschein zu erwerben. Wobei wir hier oben bei London zum Beispiel nur Schiffsverbindungen hätten. Dort würden wir zum Beispiel nur Schiffstickets bekommen und keine für die Eisenbahn. Doch es sei noch mal erwähnt, ihr dürft nicht mehr als zwei Fahrscheine in eurem Besitz haben und ihr bekommt pro Reisevorbereitung, die ihr als aktionstätig tatsächlich nur einen Fahrschein in euren Besitz. Die dritte Aktionsmöglichkeit ist das Beschaffen von Unterstützungen. Unterstützungen erkennt ihr auf dem Spielplan unten links, die Kartenauslage von vier Karten sowie die Bankanleihe ganz links. Auch hier ist die Voraussetzung, dass ihr euch auf einem Feld mit dem Stadtsymbol befindet und kein Monster auf dem Feld mit dabei ist, dann ist diese Aktionsmöglichkeit nämlich nicht möglich. Doch wie nutzen wir diese Unterstützungsmöglichkeit? Denn in Eldridge Horror gibt es kein Geld. Um uns Unterstützung in Eldridge Horror zu besorgen, müssen wir unseren Einfluss spielen lassen. Jeder Charakter hat hier unten die Angabe, wie viel Einfluss er besitzt. Hier unser Toni nur zwei. Das ist tatsächlich nicht viel, denn wir benötigen ganz viele Erfolge, um erfolgreich Unterstützungen uns zu besorgen. Deswegen sollte man sich auch genau überlegen, wer macht die Aktion, wo macht es am meisten Sinn. Wenn wir die Aktion Unterstützung anfordern, durchführen, nehmen wir die entsprechende Anzahl an Würfeln, die unserem Einflusswert entspricht. Heißt in dem Fall zwei. Nach dem Würfelwurf können wir für jeden Erfolg, den wir erreicht haben, uns Unterstützungskarten holen in Form der Kosten, die oben links auf den Karten drauf sind. Erfolge sind bei Eldridge Horror immer fünfen und sechsen, es sei denn, ihr habt irgendwelche Modifikationskarten, wo das gegebenenfalls noch bessere Ergebnisse sind. Mal hier als Beispiel, wir hatten jetzt zwei Erfolge, könnten wir uns Karten kaufen, die im Wert von zwei. Das heißt, ich könnte mir hier die Peitsche holen für eins, dann hätte ich sogar noch einen übrig, ist aber leider hier nichts mehr in der Auslage. Dann hätte ich die Möglichkeit, mir einen feinen Zwirn zu kaufen. Auch das ist möglich. Aber ja, zwei Erfolgekosten sind zwei. Wenn mir das nicht reicht, könnte ich natürlich auch die Schulden hier aufnehmen. Kostet null. Dafür müsste ich mir aber die Zustandskarte Schulden geben, die nicht unbedingt sehr positiv ist. Aber manchmal ist es unerlässlich, dass man vielleicht etwas zusätzliche Erfolge damit generiert. Denn wenn ich dies tätige, darf ich zu meinem Würfelwurf zwei Erfolge hinzuaddieren. Das heißt, jetzt hätte ich, wenn ich Schulden machen würde, das Ergebnis vier. Und dann könnte ich mir hier sogar diesen Stadtführer holen, was sehr, sehr teuer ist für vier Einfluss. Ich kann so viele Karten kaufen, wie ich möchte, wenn ich halt genug Erfolge habe. Aber Achtung, wenn ihr euch eine Karte kauft, wird diese nicht sofort vom Stapel wieder aufgefrischt. Die wird erst dann aufgefrischt, wenn eure Unterstützungsaktion vorbei ist. Ihr habt auch die Möglichkeit, Karten, die auf eurer Hand sind, gegebenenfalls zur Modifikation beizutragen. Mal als Beispiel, wir hätten hier diesen verbündet mit unserem Toni Morgen. Dann hätten wir schon mal alleine plus eins auf die Einflussprobe, sodass ich einen Würfel hätte mehr würfeln dürfen. Achtung, bei diesen Modifikationen hinsichtlich der Grundwerte könnt ihr nicht mehrere Karten miteinander addieren. Ihr könnt immer nur den höchsten Wert nehmen, aber wenn ihr jetzt mehrere solche Karten hängt, könnt ihr die nicht alle zusammen addieren. Was natürlich grundsätzlich immer möglich ist, sind ergänzende Werte, zum Beispiel Neuwurfsachen oder solche Sachen. Aber die Fertigkeitswerte zu erhöhen, da darf man immer nur eine Karte hinzunehmen. Des Weiteren ist es auch immer möglich, Hinweise auszugeben, um einen Würfel neu zu werfen. Das ist natürlich sehr, sehr teuer, denn Hinweise sind sehr, sehr rar. Man benötigt sie hier und da überall, deswegen sollte man sie für den Neuwurf nicht unbedingt verwenden. Was man aber gut verwenden kann, sind Fokus. Wenn wir Fokus besitzen, auch hier können wir so einen Marker abgeben, um einen Würfel neu zu werfen. Ihr könnt so oft neu werfen, wie ihr wollt, sofern ihr genug Fokus oder Hinweise habt, um dies zu bezahlen. Doch das Ganze war jetzt natürlich nur exemplarisch. Ich verwende die Aktion nicht, der Gegenstand geht auch aus, den hatten wir nicht. Und Tony bekommt seine Marker wieder zurück. Da wir gerade das Thema Fokus angerissen haben, das ist eine Mechanik, die im Grundspiel von Eldritch Hour nicht vorkommt. Um zu fokussieren, benötigt es die Erweiterung ab sonderliche Ruinen, obwohl ihr diese Sachen auch verwenden könnt, wenn ihr die Erweiterung nicht habt. Das Einzige, was ihr benötigt, sind irgendwelche Marke, die euren Fokus darstellen. Wie bereits eben bei der Unterstützung gezeigt, ist Fokus dafür da, dass wir Würfelwürfe neu machen können. Wir erhalten Fokus relativ einfach. Wir bezahlen einfach eine Aktion Fokussieren dafür. Bedeutet, wenn ich die Aktion Fokussieren durchführe, bekomme ich einfach einen weiteren Fokusmarker zu meinem Board und kann ihn bei der nächsten Probe verwenden. Achtung, ihr dürft nie mehr als zwei Fokusmarker bei euch haben. Aber es ist eine sehr coole Aktionsmöglichkeit, wenn man mal gerade auf dem Feld nichts zu tun will. Man will nicht reisen, man will auf dem Feld bleiben, um dort eine Begegnung zu haben, hat vielleicht noch eine Aktion übrig. Und dann fokussiert man einfach und hat gegebenenfalls bei der nächsten Probe dadurch einen Joker und halt einen Würfelwurf neu zu machen. Und daher ist diese Aktionsergänzung über den Fokus eine sehr willkommene Sache bei Eldritch Hour. Und wer die absonderliche Ruinerweiterung nicht hatte, sollte diese Variante gegebenenfalls trotzdem Einzug halten und dafür halt andere Marker für den Fokus nehmen. Was haben wir noch für Aktionsmöglichkeiten? Wir können ausruhen. Ausruhen bedeutet nichts anderes, dass wir die Aktion einfach dafür aufwenden, um uns einen Ausdauer und eine geistige Gesundheit wieder zurückzugeben. Beachtet dabei, dass ihr durch die Aktion Ausruhen niemals über euer Maximum hinweggehen dürft. Die nächste Aktionsmöglichkeit ist das Tauschen. Wenn wir uns den Platz mit einem anderen Ermittler teilnehmen, aber als Beispiel unseren Mark jetzt hier nach Bokota, dann könnten wir Sachen miteinander tauschen. Aber nur dann, wenn wir kein Monster auf dem Feld haben. Das gilt übrigens auch für die Aktion Ausruhen, die ich gerade erwähnt habe. Das ist auch nur dann möglich, wenn kein Monster auf dem Feld ist. Und tauschen können wir fast alles. Wir können Unterstützungskarten tauschen, wir können Zauber tauschen, wir können Artefakte tauschen, wir können Fahrscheine tauschen. Aber Achtung, das Limit beachten, nicht mehr als zwei sind möglich und ihr könnt sogar Hinweise tauschen. Das war bei Arkham nicht möglich, Hinweise zu tauschen. Hier bei Eldridge Horror ist das möglich. Was ihr nicht tauschen dürft, sind irgendwelche Zustände oder Fokussierungsmarke, weil das halt euren Charakter persönlich betrifft. Des Weiteren könnt ihr den Tausch so gestalten, wie ihr wollt. Von der Anzahl, von der Menge, was auch immer. Eine Aktion könnt ihr alles hin und her geben, wie ihr das gerne möchtet. Setzen wir unseren Markt wieder zurück und kommen zur letzten Aktionsmöglichkeit. Und diese ist das Abhandeln des Wortes Aktionen auf irgendwelchen Karten oder auf eurer Charaktertafel. Achtung, ihr könnt hier natürlich verschiedene Aktionsmöglichkeiten benutzen, auch wenn man sonst eine Aktion nicht zweimal ausführen darf. Die gleiche ist das hier bei dem Stichwort Aktion anders. Ihr dürft natürlich nicht zweimal die gleiche Quelle nehmen. Also ich könnte zum Beispiel mit Toni nicht zweimal diese Aktionsmöglichkeit hintereinander benutzen. Ich könnte aber diese Aktionsmöglichkeit nutzen und gegebenenfalls eine andere, die auf einer anderen Karte stehen würde. Ergänzend noch der Hinweis, es gibt auch die Möglichkeit der sogenannten lokalen Aktionen. Das steht dann auf den Karten entsprechend drauf. Das bedeutet, dass jeder Ermittler diese Aktion durchführen kann, wenn er sich an dem Ort dieser lokalen Aktion befindet. Das ist also nicht auf den Ermittler selber limitiert. Aber okay, jetzt haben wir alle Aktionsmöglichkeiten unserer Ermittler kennengelernt. Das ist alles sehr theoretisch gewesen. Wir werden das Ganze natürlich jetzt nach und nach praktisch machen. Unser Toni hat seine zwei Aktionen noch und das werde ich für ihn sehr simpel gestalten. Die erste Aktion, die ich machen werde, ist Fokussieren. Somit bekommt er einen weiteren Fokus-Wager auf sein Bord. Als zweite Aktion möchte ich seine charakterspezifische Aktionsmöglichkeit nutzen. Bedeutet, ich werde meinen Einfluss walten lassen. Leider nur zwei. Wenn ich es aber schaffe, das zum Erfolg werden zu lassen, dann kann ich bis zu zwei Fokus ausgeben, um die gleiche Anzahl an Hinweisen zu bekommen. Das ist natürlich sehr cool, wenn ich die Möglichkeit hätte, diese beiden Fokus in Hinweise auszutauschen. Und schauen wir doch mal, was wir bekommen. Einfluss war zwei. Nehmen wir diese beiden Würfel. Ich benötige nur einen Erfolg. Das eine Fünf oder eine Sechs würde ausreichend sein. Und wir haben eine Fünf. Sehr cool. Damit ist das Ganze ein Erfolg. Und jetzt bezahle ich Fokus bis zu zwei. Ich werde alle beide bezahlen. Eins, zwei. Und nehme mir vom Stapel der Hinweismarker einfach jetzt die gleiche Anzahl. Und jetzt habe ich schon drei Hinweise, was für Eldridge-Hower sehr, sehr viel ist. Doch das war es dann auch für die Aktionsphase für unseren Toni. Morgen ist unser nächster Ermittler dran. Silas, unser Matrose, ist an der Reihe. Er wird als erstes für seine zwei Aktionsmöglichkeiten Reisevorbereitungen treffen. Wir befinden uns in Sydney. Hier gibt es nur Wasserverbindungen und eine unerforschte Verbindung. Da bekomme ich aber nichts an Fahrscheinen. Somit tatsächlich nur ein Schiffsticket möglich. Aber das werde ich auf alle Fälle erstmal mitnehmen. Denn vielleicht kann ich es dann später gebrauchen, wenn ich mich mal weiter bewegen möchte. Und das wird auch meine zweite Aktionsmöglichkeit sein. Nämlich bewegen doch nicht entlang der Wasserruten. Sondern wir haben ja hier einen Hinweismarker des Weiteren für unser erstes Mysterium. Was wir aufgedeckt haben, ja ein Feld, was uns sehr großes Interesse beschert. Doch dafür benötigen wir noch einen Hinweis. Und zum Glück haben wir dort einen. Deswegen meine zweite Aktionsmöglichkeit hierhin reisen. Mehr werde ich auch nicht tun. Und das war es schon wieder mit den Aktionen von Silas. Ein dritter unserer Ermittler, das ist unsere Trish. Sie befindet sich auf einem Stadtfeld. Und sie werde ich für die erste Aktion Unterstützungen besorgen lassen. Für diese Aktion ist Einfluss gefragt. Unsere Trish als Agentin hat einiges an Einfluss. 3 als Basiswert plus 1 über die Fertigkeitenerweiterung, die wir uns gegeben hatten. Das heißt, wir dürfen vier Würfel werfen. Und wir kommen... Ach, nur einen Erfolg. Naja, bezahlen wir mal einen Fokus für einen Neuwurf. Und dann bekommen wir noch einen Erfolg. Immerhin zwei Erfolge. Zwei Erfolge klingt erstmal nicht viel. Dennoch haben wir die Möglichkeit, diese drei Sachen uns zu holen. Jedenfalls eine von diesen drei Sachen. Ich könnte auch Schulden machen. Würde ich noch zwei weitere Erfolge dazu addiert bekommen, hätte ich in Summe vier. Dann könnte ich sogar mehrere von diesen Karten nehmen oder mir den Stadtführer. Aber dann müsste ich mir den Zustand Schulden geben. Da gibt es mehrere im Zustandsstabel. Achtung. Erstens, ihr dürft pro Zustand nur eine Karte besitzen. Mehr geht nicht. Und wenn ihr euch eine Zustandskarte geben müsst mit einem entsprechenden Namen, müsst ihr den Stapel nehmen von den Zuständen und von unten ziehen, bis ihr den entsprechenden Zustand gefunden habt und euch nur die Vorderseite anguckt. Denn die Rückseiten sind alle unterschiedlich. Und dann könnten die Auswirkungen immer wieder anders sein. Je nachdem, was gegebenenfalls mal später kommt. Wenn die Schuldeneintreiber kommen, kann das jeweils anders sein. Und danach müsst ihr den Stapel einfach wieder mischen, wenn ihr den entsprechenden Zustand herausgesucht habt. Aber ich denke mal, ich werde jetzt hier keine Schulden machen. Ich nehme mal einfach, für eine Agentin ist das ganz nett, den feinen Zwirn. Und dieser feine Zwirn ist dafür da, wenn ich das nächste Mal nach Unterstützungen suche, dann kann ich jede 6 als 2 Erfolge zählen. Und damit etwas leichter die Unterstützungen zu erhalten. Nachdem ihr die Aktion Unterstützung beschaffen beendet habt, füllt ihr die leeren Slots wieder auf. Achtung, nicht nach jedem einzelnen Kauf. Also selbst wenn ich jetzt hier mehrere Karten kaufen würde, darf ich nicht eine nehmen, dann wieder auffüllen und dann noch entscheiden. Nein, ich muss erst mal mit dem arbeiten, was ich hier liegen habe. Und erst am Ende wird wieder aufgefüllt. Und somit jetzt hier eine weitere Karte. Da haben wir einen Ritual Deutsch. Als Ergänzung, wenn ihr die Aktion Unterstützung beschaffen durchführt und das Würfelergebnis spiegelt nicht das wieder, was ihr gerne hättet hinsichtlich der Auslage, dann müsst ihr keine Karte kaufen. Ihr könnt auch komplett drauf verzichten. Ihr habt sogar die Möglichkeit, wenn ihr keine Karte nehmt, eine abzulegen am Ende der Aktion und diese durch eine neue zu ersetzen. Aber nur dann, wenn ihr keine kauft. Zweite Aktion für Twitch wird eine Bewegung sein. Und zwar hier nach Istanbul. Weiter kann ich mich nicht bewegen, da ich keinerlei Tickets habe. Und damit endet schon die Aktionsphase für Twitch. Und wir kommen zu Mark Harrigan. Mark werde ich etwas reisen lassen. Und zwar hier die Eisenbahnstrecke entlang nach Rom. Und meine zweite Aktion wird einfach nur sein, fokussieren, dass ich noch einen zweiten Marker drauf habe. Aber ich denke mal, mehr kann ich erst mal nicht tun. Bedeutet, alle unsere Ermittler haben ihre Aktionsphase beendet. Und wir kommen zur zweiten Phase, zur Begegnungsphase. Beginnend beim Ermittlungsleiter hat jetzt jeder Ermittler eine Begegnung. Wenn ein Monster auf dem gleichen Feld ist, dann hat er zwangsweise zuerst eine Begegnung mit den Monster. Oder Monstern, wenn es gegebenenfalls mehrere sind. Und schafft er es, die Monster alle von seinem Feld zu vertreiben, dann kann er wahlweise noch eine normale Begegnung haben auf dem Feld. Ist so wie hier in unserem Fall von unserem Tony kein Monster drauf, dann haben wir jetzt eine Begegnung. Doch auch hier hätten wir theoretisch eine Wahlmöglichkeit. Und zwar zwischen einer Standortbegegnung oder einer Markerbegegnung. Die Differenzierung ist dabei relativ simpel. Standardbegegnungen sind immer das, was auf dem Spielplan aufgedruckt sind. Markerbegegnung ist immer dann, wenn auf unserem Ort, wo wir uns befinden, ein Marker ist. Hier in unserem Fall haben wir keinen Marker. Das heißt, wir haben auch nicht wirklich die Wahl, sondern nur eine Standortbegegnung, die hier das Stadtsymbol beinhaltet. Doch auch bei den Standortbegegnungen gibt es Differenzierungen. Und zwar zum Beispiel bei den Orten, die so eine farbische Umrandung haben, haben wir zwei Möglichkeiten, eine Standortbegegnung zu haben. Entweder als Stadt oder als Ort. Da haben wir nämlich zwei verschiedene Begegnungskartenstapel, wo wir wählen können. Tatsächlich hier für Tony haben wir das nicht, denn wir haben nur das Stadtsymbol. Und somit haben wir dort eine Begegnung. Hier seht ihr die vier Stapel der Standortbegegnungen. Die drei für die entsprechenden Farben hatten wir gerade gesehen, gab für die Umrandungen. Doch wir stehen ja auf einem Feld, wo keine farbige Markierung ist. Das heißt, wir haben tatsächlich nur diese Möglichkeiten. Hier ist das Stadtsymbol, Wildnissymbol und Ozeansymbol. Je nachdem, auf welchem Feld wir uns befinden. Sollte wir tatsächlich auf so einem Feld stehen, wo eine farbige Umrandung ist, hätten wir die Wahl. Dann könnten wir so eine farbige Karte ziehen oder eine Standardbegegnung. Und schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben das Stadtsymbol. Wir ziehen in die Karte und haben jetzt drei Teile. Einmal für die Stadt, einmal für die Wildnis und einmal für den Ozean. Da wir uns auf einem Stadtfeld befinden, gilt jetzt dieser Text für uns. Ein reicher Erbe sucht nach jemandem, der den letzten Wunsch seines toten Vaters erfüllt. Dabei vertraut er nur Bewerbern mit besten Referenzen. Bei Erfolg erhältst du eine besondere Unterstützung mit Eigenschaft Auftrag. Beim Misserfolg wirst du von seinem Leibwäschern unsanft rausgeschmissen. Du erhältst den Zustand Kopfverletzung. Über diese Begegnung sollen wir jetzt eine Einflussprobe durchführen. Wert für unseren Tony leider nur zwei. Das heißt nur zwei Würfel. Ich habe auch nichts, um das irgendwie zu modifizieren. Nein. Somit, ein Erfolg brauche ich. Eine 5 oder eine 6. Und haben wir das? Wir haben eine 6 und somit haben wir diese Begegnung erfolgreich geschafft. Somit bekommen wir jetzt eine Unterstützung mit dem Schlüsselwort Auftrag. Doch Achtung, es ist keine normale Unterstützung, sondern eine besondere. Und diese Karten kamen mit der Erweiterung absonderlicher Ruinen ins Spiel. Das ist dieser Stapel. Und hier gilt, wir gucken von unten, bis wenn wir eine Karte mit Auftrag bekommen. Na, da haben wir schon die erste mit Auftrag und danach müssten wir den Stapel wieder neu mischen, falls wir jetzt Karten rausgezogen hätten, die jetzt nicht Auftrag entsprechen. Und dann legen wir dies im Stapel wieder hin und dann schauen wir uns diese neue Karte mal an. Als erstes ist zu beachten, wenn ihr Karten erhaltet, egal in welcher Form, schaut euch nicht die Rückseite an. Weiße sind unterschiedlich. Und je nachdem, welche Karte man bekommt, das weiß man vorher nicht, hat das unterschiedliche Auswirkungen. Hier in dem Fall ist es so, nachdem wir eine Expedition oder mystische Begegnung gehabt haben, können wir, falls vorhanden, einen Fokus bezahlen, um diesen auf die Karte zu legen. Und danach dürften wir die Karte umdrehen. Das könnten wir machen, sobald wir einen Fokus drauf haben. Aber wir könnten natürlich auch sparen, um mehr Fokus hier drauf zu bekommen. Ich vermute mal, je mehr Fokus man hier drauf hat, desto besser am Ende. Aber es ist riskant, man weiß es halt nicht, was es ist. Und wir haben erstmal den Auftrag, wir haben keine weiteren Sanktionen. Damit nehmen wir ihn einfach in unser Inventar. Übrigens, diese besondere Unterstützung gilt als ganz normaler Ausrüstungsgegenstand, kann also normal über die Aktion Tauschen auch gehandelt werden, wenn man es möchte. Die Begegnungskarte, die wir jetzt gezogen haben, die geht jetzt nicht in den Stapel zurück, wie es gegebenenfalls bei Archimus ist. Sie geht tatsächlich auf einen Ablagestapel. Und sollte einer eurer Begegnungsstapel tatsächlich mal leer sein, dann mischt ihr einfach die Ablage wieder neu zusammen. Silas hat in der Begegnungsphase diverse Möglichkeiten. Er kann eine Standardbegegnung machen, hier in der Wildnis, auf dem Plan selber. Er hat aber auch zwei Marker auf seinem Feld, deswegen kann er auch eine Markerbegegnung haben. Entweder als Forschungsbegegnung über den Hinweismarker oder über eine Mysterienbegegnung über diesen Mythosmarker. Für die Begegnung mit dem Mythosmarker müssten wir eine Aufmerksamkeitsprobe schaffen und danach zwei Hinweismarker bezahlen. Da unser Silas noch keine zwei Hinweismarker hat, macht es nicht viel Sinn, diese Begegnung zu haben. Und deswegen werde ich versuchen, noch einen Hinweis zu bekommen, über die Forschungsbegegnung und mal sehen, was wir jetzt bekommen. Forschungsbegegnungen sind immer auf den großen Alten abgestimmt. Deswegen gibt es ein direktes Forschungsdeck für jeden großen Alten. Und das sind immer die Sachen, die mit den Hinweismarkern zu tun haben. Und da ziehen wir jetzt einfach eine Karte, hier ist auch das Lupensymbol drauf, und haben jetzt diese Begegnung. Und auch hier gibt es wieder drei Teile. Und wir sind ja momentan in der Wildnis, hatten wir festgestellt. Also gilt für uns dieser Text. Als die Messer der Kultisten deine Haut aufschlitzen, spürst du die Gegenwart Schabnikerats. Du könntest einen Pakt mit dem uralten Grauen eingehen. Du kannst zwei Ausdauer ausgeben oder den Zustand dunkler Pakt nehmen, um diesen Hinweis zu erhalten. Wenn du den Zustand nimmst, verliert ein Monster deiner Wahl auf einem beliebigen Feld drei Ausdauer. Wir haben eine Entscheidung zu treffen, entweder für den Hinweis, den wir jetzt auf alle Fälle erhalten werden, zwei Ausdauer zu bezahlen, oder den Zustand dunkler Pakt. Der dunkle Pakt ist der Pakt mit dem Teufel quasi. Wenn er euch einholt, die Chance ist da. Sie ist zwar nicht sehr groß, aber sie ist da. Dann kann es dazu führen, dass ihr sterben werdet. Der Vorteil am dunklen Pakt ist natürlich, wir sparen uns die Ausdauer. Und zweitens, wir könnten ein Monster auf irgendein Feld drei Ausdauerverluste geben. Das wäre ja quasi ein Monster, was nur drei Lebenspunkte hat, sofort besiegt. Aber es ist natürlich die Gefahr des dunklen Paktes. Aber ich denke mal, es sind noch nicht so viele Monster da. Wir sind bei vollem Leben. Ich werde es nicht riskieren und werde zwei Ausdauer bezahlen. Doch wie erwähnt, den Hinweis, den bekommen wir. Und damit hat Silas den zweiten Hinweismarker. Genau das, was wir benötigen, um in der nächsten Begegnung, gegebenenfalls über diesen Mythosmarker, einen ersten Bestandteil von unserem Mysterium aufzuklären. Unsere Agentin ist an der Reihe. Sie befindet sich in Istanbul. Wir haben keine Marker auf dem Feld. Somit haben wir nur die Möglichkeit, eine Standortbegegnung zu machen. Dennoch eine Wahl, ob wir sie direkt in Istanbul haben möchten, aufgrund dieser farbigen Umrandung oder eine normale Stadtbegegnung. Ich denke mal, ich werde die direkte Begegnung hier in Istanbul machen. Denn hier unten drunter ist immer angegeben, was ihr hier für größte Möglichkeiten habt. Das heißt, in Istanbul könnten wir unseren Einfluss verbessern. Und ich denke mal, das versuche ich. Bedeutet, ich wähle diesen Kartenstabel und wähle jetzt den Bereich für Istanbul hier unten. Bis zur Erschöpfung durchstöberst du die Kisten nach wertvollen antiken Büchern. Bei Erfolg findest du das Orakel von Leo dem Weißen. Eine unschätzbare Sammlung byzantinischer Prophezeiungen. Dein Einfluss verbessert sich. Beim Misserfolg fällt dir etwas aus der Tasche. Du musst eine Ausrüstung mit der Eigenschaft Gegenstand oder klein ablegen. Wir sollen jetzt eine Willenskraftprobe ablegen. Da habe ich leider nur einen Wert von zwei. Ist es ein Erfolg? Darf ich meinen Wert vom Einfluss her verbessern? Ist es ein Misserfolg? Muss ich einen meiner beiden Gegenstände ablegen? Das ist natürlich schlecht. Ich hoffe natürlich auf einen Erfolg. Hinweis will ich auf alle Fälle nicht bezahlen. Und wir haben auch sogar zwei Erfolge. Erfolge um egal. Einer reicht. Und dadurch habe ich meinen Einfluss verbessern können. Und habe jetzt in Summe fünf. Das ist natürlich cool. Doch das war es mit der Begegnung. Die ist gut verlaufen. Mark Hurricane ist in Rom. Auch er hat die Möglichkeit entweder direkt in Rom eine Begegnung zu haben. Könnten wir versuchen die Willenskraft zu steigern. Oder eine normale in der Stadt. Da wissen wir aber nicht direkt was passiert. Ich würde sagen, ich probiere es nochmal direkt in der Stadt mit Rom. Dann schauen wir nochmal, was du bekommst. Auch der rötliche Stapel in der Mitte für Rom. In der Krypta der Kapuziner bist du von den Gebeinen zahlloser toter Mönche umgeben. Der Anblick bringt dich dazu, über deine eigene Sterblichkeit nachzudenken. Du kannst zweigeistige Gesundheit ausgeben, um dich deiner Todesangst zu stellen und einen neuen Sinn im Leben zu finden. Tust du das, erhältst du den Zustand Segnung. Das ist natürlich nichts, was unsere Willenskraft steigert. Aber Segnung ist immer cool. Wer Arkham Horror kennt, der weiß, dass Segnung für unsere Ermittler sehr, sehr cool ist. Und ich denke mal, hier in Eldred Shower wird das nicht anders sein. Wir sollen uns jetzt den Zustand Segnung geben. Denn ich möchte auf alle Fälle die geistige Gesundheit ausgeben. Auch wenn er nicht allzu viel davon hat. Aus 3 macht 1, hat er in Summe noch 2. Und jetzt darf ich mir den Zustand Segnung geben. Und dafür nehme ich den Stapel der Zustandskarten. Das werde ich jetzt auch nur einmal euch zeigen, wie das Ganze geht. Ansonsten werde ich das dann immer Offscreen machen. Und jetzt suche ich von unten so lange, bis wenn ich die Karte Segnung finde. Weil auch da gibt es unterschiedliche Sachen. Und deswegen wird das halt immer von unten gemacht. Und jetzt haben wir hier die Segnungskarte. Die bekommen wir. Und danach wird der Stapel wieder gemischt, umgedreht und wieder bereitgelegt. Die Segnungskarte hat einen sehr positiven Effekt. Denn nicht nur 5 und 6 zählen jetzt als Erfolge, sondern auch die 4. Bekomme ich nochmal diesen Zustand, darf ich diese Karte umdrehen und diesen Effekt abhandeln. Was auch immer es sein mag. Bekomme ich hingegen den Zustand Fluch, muss ich die Segnungskarte direkt ablegen. Des Weiteren ablegen muss ich, wenn wir in der Mythosphase dieses Symbol ziehen, wir werden das gegebenenfalls dann im Laufe des Spiels haben, muss ich nämlich immer diese Effekte ausführen. Das heißt, ich muss werfen. Und auch da laufe ich Gefahr, dass ich die Segnung verliere. Aber jetzt haben wir sie erst mal und profitieren von ihr. Nachdem nun all unsere Ermittler auch ihre Begegnung hinter sich gebracht haben, kommen wir zur dritten Phase des Spiels und zwar zur Mythosphase. Die Mythosphase im Spiel ist immer die Phase des bösen Übels, was sich hier in der Welt manifestiert. Und dafür gibt es den Stapel der Mythoskarten, wo wir jetzt die oberste Karte ziehen und diese von oben nach unten abhandeln. Ist dieser Stapel irgendwann leer und wir müssten eine Karte ziehen, dann hätten wir das Spiel sofort verloren. Deswegen ist dieser Stapel auch unsere Zeitvorgabe, um die Mysterien zu lösen. Doch was bekommen wir jetzt für eine Mythoskarte? Es ist diese. Die Mythoskarten in Eldritch Horror sind etwas besser strukturiert als von Arkham Horror. Wir haben hier oben die Anzeige, die kennen wir schon aus der Polo-Karte, die wir von links nach rechts als erstes abhangen. Dann gibt es ein bisschen Flavortext, dann einen Text, den es abzuhandeln gilt und gegebenenfalls hier unten noch eine Racheanweisung, falls mal hier oben ein Rache-Symbol ist. Achtung, nicht verwechseln, das hier unten bedeutet jetzt nicht, dass wir im Spiel den Rache-Effekt ausführen. Was das ist, werden wir dann kennenlernen, wenn wir hier oben mal einen stehen haben, denn dann würde dieser untere Text zum Tragen kommen. Jetzt ist es nur der Hinweis, dass diese Karte dann steht auch dauerhaft im Spiel bleibt und sobald wir mal diese Rache haben, müssen wir den unteren Effekt abhangen. Doch jetzt fangen wir erstmal an, hier von links nach rechts. Und das bedeutet, als erstes wandert der Vorzeichenmarke eins weiter. Bedeutet, der Ring wandert jetzt hier auf dieses rote Kreis-Symbol. Jetzt schauen wir auf der Weltkarte nach, wie viele Tore wir mit diesem Symbol offen haben. Wir haben nur eins und das ist hier in Shanghai. Und dies hat zur Folge, dass der Verderbnismarker um so viele Felder jetzt Richtung Null wandert, wie wir Tore mit diesem Symbol offen auf dem Feld haben. Aber wie gesagt, war nur eins und somit nur ein Feld weiter. Der nächste Effekt auf der Mythos-Karte ist das Monster-Flut-Symbol. Und das bedeutet nichts anderes, dass jetzt Monster aus den Toren herauskommen, wo der Vorzeichenmarker drauf ist. Das heißt, hier in Shanghai kommen jetzt Monster heraus. Und zwar so viele wie auf der Übersichtskarte für unsere Ermittleranzahl. Heißt, zwei Monster kommen jetzt hier in Shanghai heraus. Sollte der Vorzeichenmarker auf einem Symbol sein, wo es überhaupt keine Tore gibt, dann wird er an dessen Stelle ein neues Tor gespawnt werden. Doch wir haben hier ein Tor und da kommen jetzt zwei Monster heraus in Shanghai. Ziehen wir sie gleich hintereinander. Und da haben wir einmal einen Kultisten, das kennen wir schon. Die Tür und noch einer. Okay, da haben wir hier die Versammlung der Kultisten. Das dritte Symbol in der Reihe, das mit der Lupe. Auch da brauchen wir wieder die Übersichtskarte. Ich sehe da, zwei Hinweise erscheinen jetzt auf der Welt. Und wo diese erscheinen, erhalten wir wieder über die Hinweismarker direkt auf der Rückseite. Also haben wir einmal in London und wir haben einmal das Feld Nummer 1. Daher an London hier einer und Feld Nummer 1 in Alaska. Und damit haben wir den oberen Bereich abgehandelt. Schauen wir uns mal, was für Flavotext wir jetzt erhalten. Wir haben nämlich eine Wirtschaftskorruption und diese Karte bleibt dauerhaft im Spiel. Und deswegen ist auch hier dieses Rache-Symbol drauf. Das heißt, wenn das nächste Mal irgendwie hier oben ein Rache-Effekt kommt, dann müssen wir hier unten diese Sache abhandeln. Doch wir müssen jetzt noch etwas direkt abhandeln. Die Wirtschaftskorruption hat nämlich zur Auswirkung, dass jetzt alles, was schön preisgünstig ist, verschwindet. Und alle Karten, die zwei oder weniger kosten, sollen abgelegt werden. Und wenn Karten abgelegt werden, werden sie natürlich auch gleich wieder aufgefrischt. Denkt nochmal daran, wenn Ermittler Karten kauft, über seine Aktion Unterstützung geschaffen, dann werden diese Karten erst aufgefüllt am Ende der Aktion, nicht nach jeder Karte. Mal sehen, was wir bekommen. Dann haben wir noch eine Laterne, die ist günstig. Dann haben wir einmal frisches Ups, kann man immer gut gebrauchen. Und einen 45er Revolver. Beachtet auch bei dieser Karte das Timing. Wenn sie ins Spiel kommen, sollen die Karten abgelegt werden. Jetzt, nachdem diese Karte ins Spiel kommen, ja wieder neue hinzu. Die werden natürlich nicht abgelegt, auch wenn sie günstiger sind. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, wenn wir Unterstützung beschaffen, später im Verlauf des Spiels. Die Karte bleibt so lange liegen, bis wenn irgendwann ein Spieleffekt sagt, wir sollen sie ablegen, könnten wir den Zustand wählen, eine Abmachung zu bekommen. Und das würde uns sofort vier Erfolge bringen. Das ist eine ganze Menge. Da kriegen wir richtig viele gute Sachen. So sagen wir immer dazu noch Schulden macht, dann wird das noch mehr. Aber hat natürlich auch immer seine Kehrseite. Deswegen gibt es diese Racheangabe hier unten. Denn irgendwann wird ein Racheeffekt kommen. Und dann müssen wir uns dieser Konsequenz stellen. Das heißt, wir werden auf alle Fälle zweigeistige Gesundheit verlieren, wenn wir einen Vertrag irgendwo eingegangen sind, egal welchen. Des Weiteren müssten wir ja auch noch den Effekt des entsprechenden Vertrages abhandeln, der dann meist auf der Rückseite steht und oft auch nichts Angenehmes ist. Deswegen sollte man mit Bedacht vorgehen, ob man das überhaupt möchte oder nicht. Damit ich die Karte nicht vergesse, lasse ich sie hier offen liegen. Solange sie im Spiel ist, ist sie aktiv. Und damit sind wir durch mit unserer ersten Runde. Ich hatte zu überlegen, ob ich noch eine zweite spiele. Aber ich denke mal, wir hatten genug Informationen für eine Ausgabe, wie eine komplette Runde funktioniert. Und ich denke mal, das nächste Mal starten wir dann richtig durch. Dann taktieren wir durch, um die Mysterien des Großen Alten aufzulösen. Liebe Freunde von Eldred Shower, ich denke mal, ein guter Zeitpunkt hier nochmal eine kleine Pause einzulegen, bevor wir das nächste Mal dann tief in die Mysterien von Eldred Shower eintauchen. Denn dann geht es darum, den Großen Alten und seine Geheimnisse zu entlüften und hoffentlich das Spiel auch zu gewinnen. Mit dem Wissen aus der heutigen Ausgabe solltet ihr in der Lage sein, das Spiel komplett zu bestreiten. Denn wir hatten eine komplette Runde abgehandelt und fast jeden Aspekt des Spieles irgendwo mit beleuchtet. Wir hatten das Reisen, die Reisevorbereitungen, wir hatten die Aktionsmöglichkeiten, wir hatten sämtliche Begegnungen gehabt. Ein paar kleine Sachen gibt es noch als Ergänzung. Die werden wir im Verlauf der nächsten Runden auf alle Fälle noch sehen. Zum Fortschritt kann man noch nicht allzu viel sagen, obwohl unser Silas ist bereits bei so einem Mythos-Marken. Den könnte er in der nächsten Begegnungsphase abhandeln. Er hat die entsprechenden Hinweise, er muss halt nur die Probe schaffen. Und auch Toni hat einiges an Hinweisen gesammelt. So auch da der Weg zum nächsten Mythos-Marker auf alle Fälle in der Nähe. Und den sollten wir dann versuchen abzuhandeln. Dann hätten wir schon den ersten Mythos gelüftet, bleiben aber immer noch zwei. Und die Zeit wird knapp, denn der Verderbnis-Marker wird immer weiter runterwandern. Sollten uns dann zwischendurch auch mal um die ganzen Monster kümmern, die hier sind. Auch den großen alten niemals aus dem Blick verlieren. Und den Shop-Nigorat hat halt die Eigenart, wenn das Rache-Symbol kommt, wird geprüft, wie viele Monster sind denn in der Welt. Sind es zehn oder mehr, dann wandert dieser Marker nochmal um zwei Felder weiter Richtung Null. Und somit das Erwachen des großen Altens sehr, sehr nah. Ich bin auf alle Fälle gespannt, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Es ist immer so eine kleine Unbekannte. Jede Karte kann das Spiel komplett über den Haufen werfen. Und deswegen ist es auch so interessant. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß dabei. Wenn ja, hinterlasst mir doch einfach einen Daumen nach oben, empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal, das hilft mir immer. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Habt Spaß am Spiel. Bis zum nächsten Mal. Euer Genu. Euer Genu. Euer Genu. Euer Genu. Euer Genu. Euer Genu. Euer Genu.